Wer hat jetzt Lütenscheid gerufen? Ja, Arno, Witterweg, alles klar. Arno, 55 in Lütenscheid von Witterweg, ja? Ja, jetzt habe ich nicht mehr alles mitgeschickt, weil der mich auf dem Schwarzweil hier weggedrückt hat. Das ist mal leider anders hier und so. Nicht der Entsicht, schade. Jojo, er hat sich da wohl gewundert, dass das Signal doch noch so gut zu hören ist. Ja, so ist das halt, Lütenscheid von Witterweg. Ist da nicht irgendwie auch noch so eine kleine, wie sagt man das, Klinik da in der Nähe? Ich meine, ich habe dich Billerbecken, du verwechselst dich immer irgendwie mit einer Klatzmühle oder so. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie haben die auf der Arbeit immer gesagt, du kommst doch vom Billerbeck oder so. Ich habe keine Ahnung, was die damit gemeint haben, dass da eine Klatzfärze oder so. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, unser Schwarzwälder macht immer mehr Druck anscheinend. Also jetzt schwankt er auch stellenweise mal hoch auf drei, hat er ordentlich zwei Dinge hier drinne. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, wie? Deltahotel 600, Dirk. Du bist jetzt nur noch Mobilunterricht, also nicht mehr so wie gerade, ja? Dortmund-Applerbeck ist da die Ehrenanstalt. Ja, ja, dann such mal einen, wo du da nach Thüringen runterknallst oder nach dem Schwarzwein. Dann machst du nämlich jetzt die Kopfstation gleich, ja, so sieht's aus. Einer derjenigen, der auf jeden Fall vermitteln kann. Gut. Ja, guck mich hier mal vorhin, der hat mich bestätigt und sieht dann sofort jemand anders. Wenn das aufzählt, dann weg. Hier hat es schön vorsichtig gefahren. Da gibt es nicht die Gerüfte, das in Richtung Antin. Ja. Also das hier so Deckungfunk. Deckungfunk kann man auch bis 50 cm RG, nämlich RG mit dem Erdungskabel. Wie heißt das da? Schein egal. Das sehe ich den Quadraten. Genau, im Februar war das. Da fing es an mit Heilschmerzen, ne? Also hier eigentlich alle Corona-Symptome. Außer dieses nix fliechen und nix schmecken. Aber ansonsten wirklich alle so richtig schön Corona-Symptome. So erst so zwei Tage richtig übelst, mies, richtig blutige Mandeln. Und ja, und dann denke ich, ah ja, super, dann war es weg nach drei Tagen. Und dann kam es süffeldicke nochmal eine Woche wieder. Aber danach war es dann auch wieder komplett weg. Michael, wie lange warst du noch? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Im Moment lohnt sich das gerade immer so ein bisschen. Ich werde noch nicht abknallen, aber nee. Wie viel hast du auf dem Zettel? Der nächste wäre 70. Wann, 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 wann tust du das in Facebook rein? Äh, Facebook, sag ich, in ne Gruppe, beziehungsweise Funkbasis? Ähm, ich vermute morgen irgendwann. Vielleicht in den späten Abendstunden nehme ich mir mal ein bisschen Zeit. Ja, mach das mal, dann kann ich mir das ja mal angucken. Hm, kein Problem. Ja, wer ruft mich denn da? Wer sagt da zu mir, alter, kleiner Drecksack? Ich kriege hier nur die Hälfte mit. Ich habe zurzeit PLC-Störungen. Ach, das kann ja nur der alte Drecksack Jensemann sein. Mein Gott, nee. Nie hörst du sie, aber hier auf der SSW-Runde hörst du sie, hi. Tschüss. Vielen Dank.